Dieses Band durchtrennt wird, bevor die Endsirene einsetzt, dann werden die Preise gewonnen. Wenn das nicht der Fall ist, nein. So, damit haben wir es leichter ab sofort. Einz-Bütteler-Verein aus Hamburg. Sie spielen Fußball, Sie haben knapp über eine Minute, 66 Sekunden. The Champions! Robert, Jakob und Stefan. So, also ich habe schon alles erklärt. Das sind also jetzt die Delinquenten, die das alles hinter sich bringen müssen. Er bekommt dann vielleicht für seinen Preis das oder für seinen Durchgang. Höhere Zugkraft, Geländegängigkeit, beeindruckende Lenk- und Bremseigenschaften. Das Legacy-Fahrrad Mirage von Sago mit integriertem Zweiradantrieb. Mit der Shimano-Schaltung CT10 und dem Rapid-Fire-Schalthebel wird auch das Einlegen der Gänge zum Kinderspiel. Das Allrad-getriebene Mountainbike, so er freut sich schon drauf. Aber vielleicht bekommst du ja das Mountainbike und du das. Im Gletschergebiet Malnitz liegt das Juwel-Hotel Kärntner Hof. Urlaubsvergnügen zu jeder Jahreszeit. Für sieben Tage steht ein Studio zur Verfügung. Dazu gibt es für zwei Personen einen Wochenskipass für den Möllthaler Gletscher und die Ankugelbahn. Jetzt hat es Robert Jakob, aber vielleicht bekommst du ja diesen Preis. Der DS50 von Jamo. Ein komplett elektronisch gesteuerter Radioempfänger mit CD-Wechsler, der bis zu sechs CDs für Endlosabspielung aufnimmt. Und damit man die auch hört, gibt es dazu die Jamo-Lautsprecher Professionell 200. Die sorgen für Power, die man fühlen kann. So, das sollten Sie sehen. Unsere Kameramänner, fünf an der Zahl. Überall haben Sie Position bezogen. Jetzt wird spannend. Der Höhepunkt im Powerplay, eine Minute und sechs Sekunden haben Sie Zeit. Da ist die Zeit. Und auf der anderen Seite ungefähr hier oder da. Der Klaus, der zeigst mir es wieder nicht richtig. Hier ist die Orientierungshilfe. Sie sehen es auf jeden Fall unten an Ihrem Bildschirmrand zu Hause. Jetzt gilt's. Fans, gebt nochmal richtig Stoff. Powerplay! 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 Fuh, 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 Fuh! Jakob im Rennen, jawohl! 30 Sekunden, oh, knapp! Steine mit Ziffer und jetzt Rodan! und er hat noch 16 Sekunden, der Stefan, der gibt es sein Bestes, 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ah, das ist schwer, ah, trotzdem, Jungs, komm runter, Ein paar Sekunden haben gefehlt. Es ist nicht leicht und 66 Sekunden war eine knappe Zeit. Diesmal hat es nicht geklappt, aber vielleicht das nächste Mal bei Powerplay, dem Spiel der Spiele nur im deutschen Sportfernsehen. Wir sehen uns. Es folgt das aktuelle Sportprogramm. Sie können sich natürlich auch etwas einfacher über die aktuellsten Trends im Sport sowie über mehr als 5000 Sportartikel im neuesten Erhard-Katalog informieren. Erhard, stark in jeder Disziplin. Interviews, heiße News, Gewinnspiele. 0190 270 271. Die WCW Hotline anrufen. Jetzt bei ihrem Sportfachhändler. Erhard, stark in jeder Disziplin.